Ich bin zuversichtlich, dass er da gut mithalten kann. Unser Ziel erstmal, erstmal die Spielhalle, Glückshalle, die Leute geben einem einfach Münzen, wenn ich einen Korb hätte, echt jetzt? Wo kriege ich denn den Geldsack nochmal her? Fuck, wo kriege ich jetzt nochmal den Dings her? Hast du nen Dings? Äh, und was macht das Spaß? Ja, auch Spiel? Ja, Münzkorb vergessen. Wo kriege ich denn den her, Mensch? Ja, komm. Das weiß ich auch. Ich find's geil, wie mir jeder sagt, dass ich einen Münzkorb brauche, aber ich komplett verplant habe, wo ich den herkriege. Und dass mir hier jeder Münzen geben will. Moment im Mülle... For real im Mülleimer? Wo ist hier ein Mülleimer? Ich seh hier nur Regale. Hier ist kein Mülleimer. Ach, im Restaurant. Warte mal, wo war denn hier das... Ach shit, wo war denn das Restaurant hier nochmal? Nebenan? Nö. Fuck. Kannst mal sehen, ich hab absolut keine Ahnung mehr, wo hier irgendwas war. Hm. Das war's nicht. Unten irgendwo. Gucken wir doch mal unten. Wäre mal eine zweite Vermutung gewesen. Pff. Das sieht doch gar nicht mal falsch aus. M-M-M-I-M-I-T-A-R-I-O-G-Zockt. Oh, der Spieler befüllt sich den Keller. Oh, cool. Ja, lass mich ruhig auch. Wir haben hier Pleite, ihr Schluster. Wir werden niemals wieder zocken. Hier, kannst du ja... Gebrauchen. Ja, ich wünsche dir viel Spaß mit der Scheidung, ne? Bye, bye. Bin da mal weg, ne? Und ja, ich hol mir ein paar Münzen. Und dann gucken wir mal, was wir davon abgreifen können. Wo wir uns Pokémon kaufen können, die in Sklavenhaltung getrieben wurden oder so. Was weiß ich denn. Ey, mir auch mal hier, ich hab ein paar Münzen. Gib mir Münzen. Ich glaub hier irgendwo... Genau. Hab ich bei Speedruns gesehen. Oh, brauchst du ein paar Münzen? Oh, geil. Münzen. Mal gucken, was können wir denn da von uns holen. Mal so 100 Münzen aus dem Nichts. Bamba. Dumbidambi da. Abra, Pibi, Nidorin... Abra ist da noch ganz cool. Aber was soll ich mit einem fucking... Wieso so viel für einen Nidoriner? Okay, der ist ein bisschen teuer. Aber ein Sichlor... Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui Leute, das dauert mir zu lange. Wenn man das Zeit- und Raumkontinuum kontrollieren kann, dann geht sowas viel schneller, wisst ihr? Man kann viel schneller sein Geld verlieren. Man kann viel schneller sein Geld verzocken. Als dass man das irgendwie anders machen kann. Das geht so viel schneller und so viel effektiver. Allerdings, wenn man mein Glück hat, dann nicht. Dann verlierst du einfach nur rapide Geld. Aber da haben wir was gewonnen. Sieht aber nicht so gut für uns aus. Doesn't look good. Tja, sieht so aus, als ob es kein Jackpot gibt. No Jackpot for us. Ich meine, man könnte es eigentlich kontrollieren. Ich kann ja mal gucken. Ja, nee, fuck it. Zeit- und Raumkontinuum geht schneller. Da verlierst du schneller und effektiver dein Geld. Fuck this shit. Fuck gambling. Gebe ich lieber mein Geld für Lootboxes aus. Leck mich doch. Ich bin weg, Mann. Ich geh Trainer mobben. Leck mich doch, ihr blöden Spinner. Aber erstmal hier... Der Pate, schneid mal durch. Das haben wir schon fast irgendwie gedacht. Aber ein bisschen zu offensichtlich. Ich steig mal aufs Fahrrad. Das dauert mir gar zu lange. Turbo-Modus. Ach fuck. Warum habe ich das eine Ding da oben durchgeschnitten? Ist das irgendwie... Ach, egal. Ist das nicht wichtig. Ab dafür Diese Arena voller Frauen Das ist aber schön, ne? Freut dein altes Herz Oh mein Gott So, wir fangen mal mit Zunder an Und dann gucken wir mal, wie weit wir kommen Mal gucken, wie weit Zunder kommt dabei Dann haben wir nicht hinein Aber es ist eine Arena Also das ist nun mal So sind nun mal die Regeln Tut mir ja leid, dass ich dadurch Euren kleinen Feministen Club bashen muss Aber das Ist leider gerade nun mal nötig Boah, schiebst ihr sonst wo hin Und, Wickel? Du bist doch ein Vieh Da, da hab ich mal kurz Da hab ich mal kurz eingeschritten Ich bin überhaupt nicht zwei Leck mich doch Ja, sorry Bei sowas werd ich ungeduldig Bei Schlaf und sowas Ach, come on Eui, eui, eui So Arschloch Brenn Geht doch So muss das sein War nicht so grob zu mir Wie wär's mit folgender Aussage Heul doch Allein ihn darfst du nicht rein Was ist das denn? Ah Oh mein Gott Schönheit Ja Es sieht mehr aus Als ob sie irgendwie schon leicht zusammen sackt Haha, aber ich bin vergiftet Ihr könnt mir jetzt nichts anderes antun Es tut zwar weh Aber damit kann ich leben Damit kann ich definitiv leben Das tut zwar weh Innerlich Aber ihr könnt mir jetzt den anderen Scheiß nicht mehr anhängen Es sei denn, er benutzt natürlich fucking Äh, ne Wickel Knuffenscher Au, au Schmier's dir ab Noch ein Myrapla Eui, eui, eui So viel Unkraut Aber ihr könnt mir keinen anderen Status Den Oh Zunder 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 Und noch ein Knuffenser Euch ist bewusst Dass es auch noch andere Pflanzen Pokémon gibt Als nur Knuffenser und Myrapla Oder Sprich Und deren Entwicklung Oh Ich bin so froh Dass das daneben ging Könnt euch nämlich echt in die Haare schmieren So Yes Zunder hält mit Meine Frisur Ganz zart Zauß Nicht nur deine Frisur Ich meine, hast du dir mal deine Beine angeguckt? Ich meine Meine Pflanzen Pokémon Aber geil Ohne Mühe Trainier Ah Ah Oh, meine Beine Noch ein Knuffenser Wunderschön Burn Oh, come on Wirklich? Na gut, nutzen wir das Ganze mal Machen wir uns nochmal derzeit mal nützlich Das wird zwar jetzt nerven, aber Oh, ein kurzer Wickel Umso besser Ich lasse das Gift jetzt einfach drauf Da können sie mir nix anderes draufhauen Was sagt ihr dazu, ihr Viecher? Ja, das sagst du dazu Das war mir schon fast klar Das ist auch immer noch total fair Das Wickel einfach mal den gesamten Zug Stiehlt Klingt super fair Himmelarsch, wirklich Äh, wohl nicht dein Ernst Ups Trinna, das wollte ich doch gar nicht Sei kein Dieb Ja, war aber meine Intention Also leck mich Scheiße, wurde ich nicht Hab mich verklickt Heieiei, das ist aber ein Squad Das ist aber ein heftiger Squad, den ihr da habt Noch so eine Noch eine mit demselben Kleid Immerhin habt ihr mal ein anderes Pokémon I guess I guess Okay, sorry Achso, ich wollt grad sagen Reflektor Nein Selber Hat dir ja sehr viel gebracht Hat dir ja richtig viel gebracht M'lady Da ist sogar noch eine Unterschätzt du niemals die Girl Power This is where it all started Ach du Scheiße Ne Trainerin An den Sprint kann ich mich ja gar nicht erinnern Na, könnte dangerous werden Das Problem ist, ich muss mich bald Wobei, ich glaub ich hab noch Äther Top Äther Das Ding brennt Es sei denn, es benimmt sich natürlich wie ein Arschloch Dann haben wir natürlich ein Problem Okay, folgendes Hab noch genügend davon Und greif weiter Ja gut Irgendwann ist schon fast gedacht Du brennst trotzdem Lass mich nachhelfen Du brennst trotzdem immer noch Und du wirst noch Oh Okay, so wollen wir also fahren Zünde ich dich halt weiter an Wir haben beide Schmerzen How about that Ganz ehrlich, das dauert mir hier grad zu lange mit dir So Blöde so Oh mein Gott Und ein Duflor Die Frau Mein Business Die Frau mein Business Und ich hab gleich kein Feuer mehr Beißen wir da mal rein Oh, funktioniert auch ganz gut Ist das ein Trainer, der tatsächlich nachdenkt? Faszinierend Und dieser Knoss brennt Brenn, du Kreatur Alter Auch angezündet Alles brennt Alles geht in Flammen auf Während ich mich weigere Mein Zunder tatsächlich mal vom Gift zu heilen Ja, brennt's trotzdem Damit musst du wohl zurechtkommen Ei, Karamba Das kann hier noch dauern Aber die Krei-Maschine hätte ich hier grad wirklich gern gehabt Einfach um zu sagen So, das ist jetzt mein Duflor Das ist jetzt mein Junkie-Pokémon Aber gut Das muss mal der Pate überledigen hier gerade Das dauert ja ewig sonst Perfekt Generell bin ich am überlegen Ob ich das jetzt erstmal den Paten überlasse Mit Schwertanz macht der bestimmt Abstrus Schaden So, wir lassen das mal so Finish him Alter, tausend Erfahrung Ich hab verloren Das Problem ist Zunder hat nicht mehr Keine Glut mehr wirklich Das ist ein Kleines Problem Generell Was hast du für Feueroptionen Wenn du nicht Glumanda nimmst Bis hierher Nicht viele I guess Machen wir mal so Flashbang Und was willst Ja, ich wollt grad sagen Was willst du Was könntest du mir Möglicherweise antun Flashbang Und dann beiß ich dir einfach den Kopf ab How about that Wie wär's damit, hä? Wenn ich dir dann einfach gleich den Kopf abbeiß Ist effektiv genug Effektiv genug Als dass ich's als Schaden anerkenne Bananana You die Sehr gut Ja doch Das sieht doch gar nicht mal schlecht aus Okay, du, Floor Übernimmst du dann Allein, Goofloor Angriff, nimm zu Fuck you Ja, das seh ich nämlich nicht ein Ja, Giftpuder Damit hab ich kein Problem Lass ihr mich noch mal ein bisschen mehr And this is to go even further beyond Quack That's a dark level 2 That's a dead dude, Floor Oh yeah Und ich muss nicht mal meine richtigen Champs auspacken So, die letzte Nuss machen wir da auch noch platt Beziehungsweise Ich fühl mich confident genug Wir dürfen nur Frauen herein Es ist ne Arena Ihr müsst die Leute akzeptieren Himmel, Arsch und Zirn Das waren wirklich Oh Der erste Feministen-Club Wirklich Ausschließlich lässt grüßen Der Hier hat alles begonnen Pokémon Rot Arena 4 Weil du einfach nicht in die Arena da Stellt euch mal echt vor Die hätten das Ganze so weit geschoben Dass sie gesagt haben Nö Du bist ein Junge Du darfst du nicht Stellt euch mal vor In den späteren Editionen Dann gäbe es ne Arena Wo Wenn Arenen nur noch Davon abhängig sind Welches Geschlecht du zu Anfang gewählt hast In welche Welt würde uns das denn bitte werfen Dann können wir doch jeden von uns In ein anderes Distrikt verschmeißen Und sagen So Jetzt lebt jeder nur noch mit dem Und dem und dem zusammen Oder so Meine Güte Ist das Wetter nicht wundervoll? Einfach herrlich Meine Güte Ich muss kurz eingenickt sein Willkommen Ich bin Erika Arena-Leiterin von Prismania City Ich liebe die Kräfte der Natur Muss Rules of Nature Urges unterdrücken Deshalb trainiere ich Pflanzen Pokémon Möchtest gegen mich antreten? Also gut Ich werde ohnehin nicht verlieren Ach du Scheiße Oh snap Natürlich bist du so ein Spielverderber Oh mein Gott Wirklich? Hallo? Das Ding lässt mich überhaupt nichts machen Ich konnte noch nicht einen Move machen Und das lag weder an Paralyse noch an sonst was Das ist einfach weil das Ding schneller ist Und dann immer Wickel einsetzt Oh mein Gott Wirklich? Oh mein Gott Wirklich? Das ist doch nicht dein Ernst Oh come on jetzt Wurde auch mal Zeit Ich buffe mich am besten zweimal sofern ich da überhaupt zukomme Ja komm ich tatsächlich sogar Oh mein Gott Hör doch mal auf mit Wickel Diese Attacke Sie nervt Oh Gott Hast du keine andere Attacke? Du bist ein Level 29 Zerzehn ja Und hast keine andere Attacke Außer mir auf den Sack zu gehen Meine Güte Das kann doch nicht wahr sein hier Das kann doch nicht mehr wahr sein Ist das dein fucking ernst? Du verblödete Cunt Das ist nicht mehr witzig Das kann doch nicht mehr wahr sein Nur Attacken die normal oder sehr effektiv sind Ja Aber Dieses Gift Dieses Wickel gespammen Ich hab grad echt kein Bock mehr Ich hab grad so den Sack dicht Von dieser Frau Das ist nicht dein Ernst Dude das ist nicht dein Ernst Gegner haben unendlich PP Was ist das denn jetzt schon wieder für ein Bullshit? Ich muss doch nur einen Angriff rauskriegen Einen Angriff Oh geil es hat nicht getroffen In dem Zug wo ich nicht angreifen konnte Fick dich Meine Güte Ein Angriff Is all I need Alter Fuck you Tangela Aha Schön Das ist ja wunderbar Ich hab nen Punkt für dich Ich hab nen Punkt für dich Den ich gern klar machen würde Meine Güte Meine Güte Meine Güte Was ein behindertes Mistvieh Das sieht jetzt nicht mehr gut aus Ich hab nen Leber oder Meine Güte Ja jetzt sieht's wieder ein bisschen schlecht aus Schlägt ums... Ja Raste aus Okay Ist auch ne Option Ja natürlich ist's Ja Fuck off So Fick deine fucking Pokemon Bleib sitzen Alter schieb dir deinen Farborten dahin wo die Sonne nicht scheint Du kannst Stärke noch nicht mal haben du blöde Nerds Aber dieses Geschenk Schiebst dir sonst wo hin Fick dich Blöde Zicke Du Oberzicke Mit deiner blöden Wickelscheiße Ich mochte die Serie Weißt du Da wurde der Laden angezündet So hat er mir besser gefallen Weißt du Er ist halt sowieso Sich die meisten Arenaorten nicht mal verdient Entweder hat er das Zeug angezündet Oder irgendwas gelöscht Aber er hat nie irgendwie was tolles getan Oh Wickel Wieso Ist das Immer dann Wenn ich nicht mehr dran denke Dass es existiert Wickel Kann sich Mir sonst wo runter buckeln Alter ich geh ein paar Rocket Bottles vernödeln Dass ich hab die Schnauze voll hier I'm so sick of this bullshit Alter reiß ich den Arsch auf dude Ey Das schwinde weil Poster oder durch Was willst du Willst du dich mit mir anlegen Du peitschenschwingende Kack-Buhn-Hure Mit deiner Radde Deiner Radde zeig ich wo hier der Hammer hängt Alter Schieb dir deine Radde sonst wo hin Hau weg den Kram Geh mir aus den Augen Super Ach du ist ja wunderbar Das ist ja wunderbar Für solche Fälle hab ich genau das Richtige Pass auf mein Junge Grill das Ding Meine Güte Mist Ich geh mal hier hin Hoffentlich bemerkt er nicht Dass ich diese Sattgasse entlang laufe Und dann einfach weg morphe Wie so ein fucking Terminator Oh cool Oh yeah Na ihr Pimmelköppe Du kommst ja ihr kleiner Was willst du Willst du Streit mit mir Glaub mir du willst jetzt in meiner Situation Keinen Streit mit mir Das willst du definitiv nicht Ich komm grad aus ner absoluten Hentai-Arena Ich bin sowas von genervt Schlitz dein Traumato auf Gott wieso Auf einmal ist Party Level 30 Ich merk schon Wenn der Punkt bei mir eintritt Dass ich einfach nur wahllos Pokémon umbringe Egal wie Ich mein ich hab voll Ich hab irgendwie in meinem Rage total vergessen Was mit dem Tangela passiert Ich glaub ich hab sie in die Luft gejagt Das war eigentlich Ne Kurzschlussreaktion Sorry Sui Wollte dich nicht in die Luft sprengen Aber es blieb mir leider keine andere Wahl Um genau zu sein Mir blieben ne Menge andere Wahlen Aber you know Mut ja rein zu spazieren Alter ich schlag dich ne Ich sag dir Ich prügel die Scheiß aus dir raus One Rocket Oh nein Oh alles Aber kein Radikal Oh nein Bitte nicht Bitte nicht die Ratte persönlich Geh nach Italien Lern kochen Du Mist Wobei nichts gegen Ratatouille Der Film ist toll Kranken Slash So fuck off Noch ein Radikal Also du bist ja einer Du hast da richtig viel Innovation in deinem Team Ne Radde und ne Radde Mega Sauger für Gobbel Ich war an sich Wär's das total Sinnvollste ne Aber dann denk ich mir Es ist Gobbel Und gerade ist Gobbel gerade Oh mein Gott Ich denk mir gerade Gobbel Don't speak to me Rede nicht mit mir Gobbel mich jetzt nicht an Will Härtner Sui will Härtner lernen Ist nicht das richtig Okay Sui Lern Härtner Wenn dir danach ist Lern Härtner All power to you Aber ihr habt ja recht Habt ja recht Gobbel hat zwar an sich Jack Shit gemacht Aber Megasaurier ist Ist schon was Gutes Vor allem kann ich dein Tackle mal vergessen So Mega Gobbel Oh mein Gott Stimmt hier gibt's ja keine Random Encounters Das macht diesen Ort ein bisschen schöner gerade Das macht diesen Ort ein bisschen erträglicher Aber das Und noch mehr In der nächsten Folge Bis da ist hier Der ist hier Höskopf Util Bis da ist hier Bis zum nächsten Mal.